Wäsch, halt durch. Das muss auch eine Einrichtung von Shinra sein. Geschafft! Feierabend! Das muss auch eine Einrichtung von Shinraa sein. Was ist das? Ich bin mit einem Schrauben! Ich bin mit einem Schrauben! Schnell! Die Schrauben! Das ist ein Schrauben! Es ist ein Schrauben! Die Schrauben! Schrauben! Fanzini! 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 Auf die Pfalz! Jetzt zeig' ich mich von meiner besten Sankt! Das wäre geschafft! Das tut weh! Fatsch! Auf die Trenn! Ah! Das tut mir! Das tut mir! Was ist das? 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 Hast du dich etwa die ganze Zeit so vorwärtsgegeben? Klar doch! Jetzt später! Für alles gewappnet! Seh dich! Und schützt! Aaaaaah! Zurück auf! Sieg! Sieg! Barret, mein Trommelfeld! Auf die Trenge! Auf die Trenge! Sieg! 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 Ganz schön viele Stufen! Moment! Vorsicht jetzt! Besser als nach sich! Geht nach was! Sieg! 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 Die Zeit! Ich bin es! Auf geht's! Schneller! Auf geht's! Das war's für heute. Hoffentlich geht es Wedge gut. Mach dir keine Sorgen. Wedge ist hart im Nehmen. Bestimmt macht er nur irgendwo in der Ecke ein Nickerchen. Ja. Wenn wir sicher zu Hause gehen, müssen wir ihn ordentlich aufpäppeln. Wir haben alles gewappelt. Vorsicht, ist besser als Lachse. Auf die Welt! Die Welt! Das war das! Die Welt! Wo ist es? Hörst du einen? Hörst du einen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ein Glück Danke Los, raus hier Gutes Training Was ist das? Barrett! Was ist das? Das muss ein Experiment von Shinra sein! Was ist das? 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 Da kommt wieder das Fußball! Schaffen wir das? Schaffen wir das? Na klar, was denkst du? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Das ist das? Was ist das? Das ist das? Wir müssen den Lüftungsschacht versiegen! Was ist das? 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 Das ist das? Das ist das? Ach! Da! Das! Da! Der Oztan, ja seine Verwünsche zu! Nachschlag! Nachschlag! So ein Eistraum! Erzähl! Wie schmeckt ihr das? Erzähl! 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 Nachschlag! Alles klar! Dann erledigen wir den Rest von ihnen! Erzähl! 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 So ein Rennen! Erzähl! 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 Ja! Ja! Na, komm, ich scherpfe! Ja! Hm! Bist du doch nicht so ein harter Borsche, was? Ja! Ach, ganz für dich! Ja! 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 Da sind die Augen auf dem Köln! Ja! 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 Ha! Ja! 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 Was ist denn das schon wieder? Er hat das absorbiert! Das wird unangenehm. Was ist das? Es ist ein Frischofritier. Da bist du ja! Los geht's. Erst rumtröten und dann den Anführer spielen, he? Na also! Woher wusstest du, wo wir sind? In dem Geräusch der Schüsse gefolgt. Und einem Gebrüll. Unverkennbar. Huh? 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Menschen? Das ist die dunkle Seite von Shinra. Cloud? 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 Was sollte das? Bringen wir ihn in Sicherheit. Alles andere kann warten? Ja, hast recht. Cloud? Hast du gut gemacht. Und das? Ich bin nicht in der Zeit. 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 Ich glaube nicht, dass sie… Hör auf! Sie sind zurück beim Planeten. Aber wir… brauchen sie doch hier. Wir müssen kämpfen. Das würden sie uns sonst nie verzeihen. Ziemlich schwer. Danke. Wir schulden ihnen was. Bei uns ist es nicht sicher. Als würde ich einen Verletzten aus dem Haus jagen. Elmira? Wir… wir müssen Aerys befreien. Nicht schon wieder das! In einem Geheimlabor macht Shinra Tests an Menschen. Ich kenne Shinra besser als sie. Und ich glaube nicht, dass sie Aerys nur Fragen stellen wollen. Sie würden die letzte Nachkommen des alten Volkes niemals lebend gehen lassen. Die Experimente leitet ein Mann, dem Menschenleben egal sind. Mit! Aber… Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. Sicher seid ihr erschöpft. Wir sollten uns alle ein wenig ausruhen. Wir machen Pollanen. Wir bellehen dir... Wir müssen uns cleanse das! Wir kennen uns. Wir machen uns alles klar. Wir müssen die Aufmerksamkeit in die Aufmerksamkeit zu wissen. Und werfen? Vielen Dank.